Präsentiert das Gewehr. Präsentiert die Flagge. Alle zeigen Flagge, alle zeigen Flagge. Hast du mit Gebrüll? Das sieht aus wie wenn die Schleichen, die Beinchen so ganz schnell. Ich bin nicht zum Lachen. Ich bin ein Demon Hunter. Andere bin ich bis dann. Okay, ohne. Ohr. Ich falle direkt bis dann. Ah, ein Babbel an. Ein Demon Hunter ist tot. Dahint ist noch einer. Wird gedauert irgendwas, ich kann nicht viel machen. Hast du Bob? Jederm? Wow, wow, wow. Ich babbel. Ich bin glaube ich tot. Ah ne. Wo bist du? Noch lebst du, noch lebst du, noch lebst du, noch lebst du. Ich gebe dir innerweit und cast es ein bisschen schneller. Falle er denn ein? Oh, doch nicht lol. Uah. Ne, jetzt bin ich tot. No, ich hab grad die Hand auf Fliegen, Alter. Panda ist kaputt. No, ihr kannst es nicht machen. Ich steh wieder mittendrin. Danke. Ey, dieser scheiße Demon Jäger, Stunnel, die führt überhaupt kein D. Pally's im Stun. Der Nage auch, ey. Boah, wir kriegen die scheiß Basis hier nicht, ne? Nage und Shami tun echt weh. Ne, ich wär nur gestunt. Ja, ich stand auch, glaub ich, mehr rum, als ich mir bin. Heftig. Alle 5 Sekunden stehst du dann Stunnen, ihr führt kein DR. Ne, das ist eklig. Alle 5 Sekunden? Das ist ja, geht's. Ich hab's Gefühl, ich darf mich alle 20 Sekunden für 3 Sekunden bewegen. Ja, die 4 Demon Jäger, die hüpfen natürlich dagegen mit Euromita Morphose und rollen alles über. Wir könnten locker ein paar Stunns in Roots. Dann. Alles auf 1, ja, fertig. Na, so, eine Grunde. So, wir rollen, was? Ich meine, was braucht? Der Mann geht mutig Feuer, oder wie? Ey, das ist keine gute Idee, Feuer, oder? Ja, super, dass ich hier schon unten bin. Haha. Versuch mal, da unauffällig durchzuwitschen. Pally's is loud. Der ist halt. War's auch gut, ey. Pally's done. Ey, der Pally muss weg. Der Pally halt diese unglaubliche ganze Zeit hoch. Na, endlich ist er da on. So, Shadow. Kann ich kicken. Ah, ne, da, Dean-Hunter. Ich hab schon wieder ein Schieb weg. Okay, komm nicht dran. Und Frosch. Ach, das disst sie sogar. Okay, das ist dann. Obacht. Obacht. Und hier. So, jetzt kommen wir auf den Mage. So, du macht Geräusche. Ring kicked. Ah, die. Wieder sind's die Gamliga-Dämoni. Mage-Ring, die da, aber... Ah, ich auch. Ja, hoffentlich. Na, Pally's wieder da. Die geben ich hier die komplette Zeit raus, ey. Das ist scheiße. Kenn ich. Zu gut, gell. Ach, Gott. Ich komm zu nix. Dann Pally wieder. Na, Gott, ne, ein Dean-Hunter, der uns fängt ein bisschen weiter aus. Aber echt vier Stück von denen. Pally's done. Mann, ey. Bobby Brownie. Was? Heißt der. Guck mal so. Oh, Pally down, nice. Dean-Hunter ist done. So, ist down. Schau mi. Krieg nen... Is it slow? Ne, ne, mein Freund, du stirbst. Shadows done. Oh, macht n'galt. Macht n'galt. Fertig. Schüler sind Dean-Dieter. Let's sign. Stunin? Äh, kann nicht stunin, weißt du. Oh, Pally. Stunin? Da ist durch die Bubble wieder, oder? Immer Wasser. Da kommt was in Richtung Feuer, glaub ich. Wasser, 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 Wasser. Jo, ja, Feuer kommt, Wasser. Feuer habt ihr gleich, oder? Hab Angst, dass wir Wasser jetzt... Bleib einfach drinnen, Aleph. Einfach drinnen, Aleph. Einfach drinnen, Aleph. Hier oben, an dem Shadow. Ich hasse den Mage. Der schiebt die ganze Zeit durch, ne? Der ist... Der, nicht nur das. Ja, der findet seine Tasse, ist gut. Er findet seine Tassen, ja. Da ist der Pala wieder. Direkt auf den Pally. Go. Stun ihn, kurz. Der ist im Wurzeln. Der darf nicht ran. Job, braucht ihr Feuerhilfe? Mh, nö. Ist er runtergefallen, ja. Ne, Lava Hammer. Na, danke für die Heilung. Nichts zu danken, das ist mein Job. Gut, er hat dann was weg. Bleib hier, Schammi. Kommt ein Mohund geflogen. Kriegen wir Wasser? Ja, können wir kriegen, oder? Ja, das sieht eigentlich so gut aus. Miau, endlich. Ziel ist kein Star. Wie lange hält der Brock eigentlich? So lange, bis ich schieße oder sterbe? Ja. Ich muss hier weg jetzt. Das sind übrigens 500% mehr Schaden und Heilung. Laut dem, was ich eben gelesen habe. Ja, hier auf dem Pally, 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 Pally. Komm, Stun ihn? Nö, der ist schon tot. Nimm den Priest. Dann nimm den Priest, ja. Den Shadow? Oh, das ist geil. Wie scheiße ist das? Das römst zu schön, ne? Das Geräusche auch. Ja gut, das höre ich ja nicht. Ich schon. Die Demon Hunter ist im Stun. Ui, ui. So, ein Demon Hunter ist down. Einner ist gesloat, einner ist gestunnt. Was? Was? Kann ich? Ne, passt. Ist gut, ist gut. Mach mal ein Mage hier. Mage, 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 Mage. Ich bin mit der Inline. Mage down. Ich bin am... Ja, genau. Ich bleib hier draußen am Schammy an den Eim. Paller ist da. Okay, dann geht mal Pally. Mage ist gestunnt. Boah, ist ein bisschen raus. Pally. Pally? Oh, nice. Da hinten macht der Dean Hunter kalt. Los, komm, komm, komm. Wo ist er hin? Da um die Ecke. Da, um ein Mondfeuer. Das nützt dir nichts, mein Freund. Mein Stab leuchtet schon wieder. Haha. Mal gucken, wie war jetzt? Warum leuchtet dein Stab häufiger? Keine Ahnung. Dort alles zu und teilen müssen. Da ist der Priester auch. Also Priester. Und? Komm, 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 komm. Nein, nicht auf den Priester. Und... Piu. Hala. Das ist ja asozial. Ich weiß, das ziehst du dann halt auch nochmal gemein. Okay, der Pally ist raus. Ernst, nein. Doch, der ist grad raus. Der ist rausgegangen. Der hat auf einmal volles Leben gehabt, aber das Thema erledigt. Die kotzen gerade, weil sie verlieren. Äh, wir müssen Wasser. Dann haben wir gewonnen. Oh, da. Achso. Schamig steht auch nur noch da. Oh, die flamen sich gerade. Da war garantiert. Komm, hier, Holy Priest. Ami kann noch schupfen. Da meldet man schon mit vier Demon Hunter. Ah, super. Zufall. Priest is done. Ah, ist raus. Nochmal stun. Ah, ist down. Das habe ich gewonnen. Ihr seid ja wie Sniper eigentlich. Oh, nur wenn es leuchtet. Oh, aufgewertete Schultern. 78. IZ. Danke. Die bringen mir aber nichts. Wie oft durftest du jetzt? Wie oft durftest du? Äh, dreimal. Ist gemein. Nicht nur einmal. So, das war's dann für heute. Ich danke dir wie immer fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann teilt es doch mit deinen Freunden. Lass mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wenn du es nicht schon längst hast, ein Abonnement. Und dann würde ich uns freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream sehen. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020